Dann kamen zwei Wildgänse oder richtiger wilde Gänse-Riche, denn es waren zwei Männchen. Es war noch nicht lange her, seit sie aus dem Ei geschlüpft waren und darum waren sie so draufgängerisch. Hör mal, Kamerad, sagten sie, du bist so hässlich, dass wir dich gut leiden mögen. Willst du mitziehen und Zugvogel werden? Hier ganz in der Nähe, in einem anderen Moor, sind einige süße, liebliche Wildgänse. Alles junge Fräulein, die rapsagen können, du kannst dort vielleicht dein Glück machen, so hässlich du auch bist.